Hier ist immer noch Strömung. Ja klar, das sieht man ja auch. Och, wo muss ich denn noch überall hinsetzen? Da unten. Und da nochmal. Also am Rand, da ist überall was. Da, ich kippe einfach überall hin. Völlig ziel- und planlos. Also doch, ziellos ist es nicht, aber planlos. Ich habe ja das Ziel, alles zuzumachen. Aber so einfach ist das Ziel nicht zu erreichen, offensichtlich. Och, Menno. Ah, das hat was gebracht. Der war gut platziert. Äh, der nicht. Der auch nicht. Oder zumindest habe ich nichts gemerkt. So, aber wir kriegen das schon hin. So langsam, aber sicher. Und da, der da ist auch grün schon geworden. Da wird ja auch bald grün werden. Der, der Erdblock hier. Oh ja, ich habe eine Idee. Bevor ich das mache, kann ich ja schon mal das Holz dahin machen. Denn dadurch ergibt sich vielleicht so einiges. Oder auch nicht, aber ja, werden wir sehen. Hallo, Holz? Nein, das war verkehrt. Äh, da auch noch. Eben das weg. So, sehr gut. Da, da und da. Oh, da muss aber da wieder Erde hin. Ja doch, genau. Da muss Erde hin. Und dann kann ich hier den Zaun wieder drauf machen. Ähm, aber jetzt erst noch mal das restliche Problem mit dem Wasser machen. Hier kann ich zum Beispiel was hin machen. Das war gut angelegt. Und da noch mal. Okay. So, jetzt habe ich da immer noch Strömung. Irgendwo da noch. Ich haue das einfach irgendwo hin. Ja, weil ich nicht weiß, wo. Jetzt habe ich gleich wieder was Neues aufgesammelt. Okay. Immerhin hat es geklappt, aber das will ich ja nicht. Ich will ja, dass das Wasser da bleibt. Da ist immer noch Strömung. Ich will diese Strömung weg haben. Ich halte mich jetzt schon Ewigkeit mit dem Wasser hier auf. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde das mal einfacher machen. Ähm. Jetzt keine Lust mehr da lange rumzutun. Zumal ich ja nicht weiß, was ich machen muss. Ähm, ich werde das einfach mal wieder mit Erde auffüllen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es allein dadurch schon aufhört. So, wie sieht es aus? Ähm. Ich sehe keine Strömung mehr. Ich merke auch unter Wasser nichts mehr. Joa. Okay, jetzt wenn ich das hier weg mache, sollte alles problemlos gehen. Autsch. Oh, ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass ich hier auch Luft brauche. Im Eifer des Gefechtes. So, da ist eine ganz tiefe Stelle. Okay, ich bin damit zufrieden. Ja. Okay. Ich kann das sogar noch ein bisschen größer machen jetzt hier. Aber systematisch dann. Ja, okay. Das passt schon so. Okay, dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann kommt jetzt der Zaun da wieder hin. Bis dahin. Genau, das reicht. Und da hinten kommt noch eine Blume drauf. Ich habe eine größere. Ja, nicht die Tulpe. Ich habe da gerade nichts da. Das macht aber nichts. Ja, komm, ich mache die Kiste jetzt mal weg. So, alles einsammeln. Müsste ich alles aufnehmen können. Da ist auch was drin. Und ansonsten ist hier alles drin. Ja, wunderbar. Okay, dann kann ich aber auch gleich noch weitermachen. Mit meiner neuen Schaufel. Und hier mal was wegmachen. Denn das will ich auch etwas großzügiger noch wegmachen. Bevor ich mich dann tatsächlich noch weiter drum kümmere, um dieses Ding hier. Aber da will ich auch mal was machen. Ja. Hm, habe ich denn Holz mit? Hier. Jetzt muss ich schauen. Wie hatte ich mir das gedacht? So. Und dann brauche ich ja noch Treppen. Ähm. Wo haben wir denn eine Werkbank? Hier. So. Äh, ich habe zu viel Holz. Wo, wo? Ja. Toll. Ganz toll. Äh. So, einfach mal weg mit dem Zeug hier. So, die Eimer können auch weg. Das kann weg. So, das Holz. Ähm. Das kann auch weg. So, ich brauche noch von diesem hier was. Und aber auch davon. Oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Okay. So, jetzt. Also nochmal. Jetzt habe ich Platz im Inventar. Sehr gut. Und es wird schon wieder Nacht. Ja, es wird Abend. Oder es ist bereits Abend. So, wie sieht es jetzt aus hier? Ich mache mal schnell... ...eine provisorische Treppe. Äh. Wollte ich... Nee, das ist auch noch nicht richtig. Nee, 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 nee. Ähm, okay. Ich mache die Treppe später. Die kommt da hinten auf jeden Fall hin. So, das kommt auch wieder weg. Okay, dann mache ich mal mit der Erde hier weiter. Wobei ich gar nicht frage, ob das hier weg muss. Dann... Ja, ist egal. Ja, es wird dunkel. Ich kann mich aber schon hinlegen. Dann will ich das gleich mal machen. Achso, ja, aber ich wollte mich ja noch auf Monsterjagd begeben. Dann kann ich das jetzt auch mal machen. Ich werde also jetzt einfach mal weitermachen. Das Problem ist nur, ich habe keinen Schild. Ja, das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Oder habe ich denn das Buch hier? Nee. Nee, nee, nee. Dann will ich das mal machen. Denn wozu habe ich das? Ich muss es ja dann, ich muss dann schon auch so konsequent sein und das anwenden. Hier. Mein famoses Buch. Das will ich gleich anwenden. So, Schleichmodus und blüpp. Dann haben wir diese Sachen da dran. Und habe ich jetzt einen Schild. Ja, da ist ein Schild. Sehr gut. Also, wenn ich jetzt... Das Buch kann ich wieder zurücklegen erstmal. Wenn ich den Schild jetzt da... Also, ich kann ihn jetzt auch einfach gleich da hinpacken. Aber wenn ich jetzt auf... Was weiß ich, auf F gehe? Ja, genau. Dann habe ich... Dann habe ich das auch hier. Okay. So, zurück. Äh, aber das Schwert muss ich auch in der Hand nehmen. So, Monster. Wo seid ihr jetzt? Äh. Ja, was ist das Ganze da? Ja, die kommen schon noch. Da hinten liegen noch ein paar Sachen. Was liegt denn da? Im Wasser etwa? Oh, da war... Da war was. Da immer noch was. Ja, egal. So, ja. Also, bis jetzt die Monster mal ankommen, kann ich ja noch ein bisschen... In der Dunkelheit... Kann mir ja aber schon mal... Ein bisschen Licht hier machen. Zumindest... Naja. So. So. Na. Dann bist du ja nicht hier schon. Dass ich zumindest ein bisschen was sehe, wo ich jetzt hier arbeite. So. Ich habe ja nicht darauf friedlich gestellt oder sowas. Eigentlich müssen Monster auftauchen. Da, da vorne sind welche. Eine Spinne? Ja, eher eine Spinne. Moment, ich will eben was essen. Das ist nicht verkehrt. Ja, jetzt sind ein paar da. Man sieht sie auf der Minikarte. So. Also los. Auf geht's. Gegen die Spinne. Okay. Links hält den Schild hoch. Habe ich jetzt Spinnenseite bekommen? Äh. Nö. Auch schade. Also nicht jede Spinne gibt Spinnenseite. Da kommt ein Zombie an. So. Du könntest mir eine Schriftrolle geben, Zombie. Ja, macht er wahrscheinlich nicht. Leider nicht. Na gut. Nein. Ups. Da ist Wasser. Und da komme ich natürlich nicht raus. So. Dann muss ich das so machen. Äh. Wo haben wir denn den nächsten? Ich will nur nicht an einen... An einen Creeper gehärten. Aber das hier ist eine Spinne. Okay. Spinnenseite. Nee, wieder nicht. Hallo. Ich dachte, hier Spinne gibt's Seite. Oh. Tun sie ja gar nicht. Da kommt ein Creeper an. Oh. Der kann mir gestohlen bleiben. Nö. Ich will den... Den Zombie hier. Da ist auch einer. Ne. Creeper will ich nicht. Da sind welche unterirdisch. Ja gut. Da will ich da nicht hin. Oh. Aber da kommt das an. Ach. Hier. Da. So ein kleiner. Aua. Ah. Na endlich. Der gibt dann auch gleich mehr. Ich fürchte nur, dass so ein... So ein Manticore oder sowas kommt. Wenn so einer auftaucht, dann muss ich natürlich abhauen. Ach da. Ein Creeper. Okay. Okay. Nö, 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 nö. Okay. Und... Da ist der Anlauf. Johl. Haben wir den auch. Na, das zieht sich doch ein bisschen hin. Okay. Da vorne ist noch einer. Oder ein Gegner jedenfalls. Was haben wir denn da? Ähm... Moment. Einer ist doch gleich hier um die Ecke. Ach da. Ein Zombie. Sehr gut. Da kommt schon wieder so ein kleiner. Ah. Ich mag das kleine nicht. Aber den hab ich gut getroffen. So. Sehr gut. Aber keiner von denen... Ist der auf dem Baum oben drauf? Hier der... Oh. Sieht so aus. Na gut. Ähm. Ich sollte mal was essen. Schade. So ergiebig ist das gar nicht, wie ich dachte. Okay. Da muss irgendwo einer auf dem Baum sein. Na gut. Ist egal. So. Was haben wir denn hier noch? Aha. Ein Zombie. Ah, nee. Und da vorne, da sehe ich doch einen Wolf. Ähm. Nö. Ich will hier weg. Äh. Mal ganz schnell weg. Ich hab nämlich gerade kein Goldschwert mit. Was natürlich nicht gut ist. Aber feige hinlegen will ich mich jetzt auch nicht. Komm. Die Nacht ist schon zur Hälfte rum. Na komm. Na komm. Gib doch mal eine Rolle. Was kommt da an? Ich will doch Rollen haben. Ich muss mal schauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie so eine Rolle fallen lassen. Das ist ein Enderman. Okay. Enderman interessiert mich gerade nicht. Hier kommt noch ein Zombie an. So. Zack. Und zack. Und noch ein Hieb. Hm. Leider. Immer noch keine Rolle. Ja, aber eigentlich kann ich mich doch mit dem Enderman auch anlegen. Ach. Du kleidige Spinne dazu. Okay. Enderman ist tot. Macht aber immer noch mehr. Oh. Der hat mir aber ordentlich was mitgegeben. So. Okay. Ah. Die Spinne hat Seide gegeben. Ich hab's gesehen. Aber es ist da noch ein Zombie. Ich muss was essen. Ich bin angeschlagen. Und zwar ganz ordentlich. So. Endlich was essen. Damit ich auch schnell wieder gelesen. Da ist. Spinnenseide. Jawohl. Da kommt ein Skelett an. Irgendwo. Da vorne. Spinnenseide. Zwei Stück. Okay. Ich hab vorhin noch ausgerechnet, wie viel Spinnenseide ich brauche. Ich hab's aber wieder vergessen. Ich muss nochmal rechnen. Ich weiß noch, dass ich 14 von diesen Lederstücken brauche. Und für jedes Lederstück brauche ich... Ähm... Duh. Hm. Gut. Ja, das ist natürlich dann der Nachteil, ne? Wo kam der denn her? Auf der Minikarte habe ich den auch nicht gesehen. Ach. Naja. Egal. Nochmal. Ich brauche sieben mal Spinnenseide für ein Leder. Also sieben mal 14. Das ist 96. Oder? Moment. Das ist 98. Ach. Da ist ein Geist da oben. Seht ihr da? Da. Hm. Okay. Aber hier. Da vorne. Ach. Da hat ein Skelett. Ja. Okay. Also 98. Und für den Rahmen... Ich brauche ja drei Rahmen für einen Rucksack. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber was ich da... Da ist noch so ein... So ein Geist. Ähm. Was die da brauche? Ich glaube vier. Das wären zwölf. Also brauche ich 110. 98 plus zwölf ist dann 110. Ah. Spinnere. So. Dann raus. Sehr gut. Dankeschön. Ähm. Jetzt habe ich vier. Okay. Ja. Sind es denn nur noch 106, die ich brauche? Für den nächsten Rucksack. Es wird wieder hell. Dann kann ich mich nochmal mit dem Zombie da anlegen. Es ist gleich noch einer da. Hallo Zombie. So. Ui. Noch ein Zombie. Während ich beschossen werde von einem Skelett. Ja. Okay. So. Skelett. Ah. Es sind gleich zwei. Der Geist auch noch dazu. Den Schild habe ich jetzt gar nicht benutzt. Ah. Sehr gut. So. Aber dann ist man so langsam. Äh. Zu spät. Hallo. Ich will ihn treffen hier. So. Uäh. Da kommt ein Mantikor. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Ins Gebäude. Er verfolgt mich. Ne. Doch nicht. Er hat abgedreht. Aber ist mir egal. Ich will ins Gebäude. Egal in welches. Irgendwie. Hauptsache da ist ein Dach drauf. Mist. Das ist auch noch keins. Ne. Ne. Ach. Da ist der vorne offen. Äh. Dann da hinten hin. So. Da kommt er sowieso nicht rein. Okay. Jetzt muss ich erstmal was futtern. Oh. Und wieder genesen. Okay. Ich glaube das reicht jetzt. Erstmal. Also meine Ausbeute war jetzt eher gering. Ein paar Knochen. Na gut. Immerhin eine Enderperle. Und. Äh. Ja. Viermal Spinnenseide. Naja. Ne. Es ist ein bisschen wenig. Aber egal. So. Ist der Manticore noch da? Na. Ich glaube der ist weg. Wie dem auch sei. Wenn ich jetzt nochmal auf F gehe. Okay. Dann. Kommt das anderes. Ich mach den Schild jetzt mal wieder weg. So. Einfach mal da rein. Ähm. Da vorne. Da hinten. Oder wo auch immer. Sehe ich noch was liegen. Ach. Das war da wo der Creeper explodiert ist. Ja. Richtig. Ach da. Ja. Ja. Ja.